Luis, greif ihn an. Die greifen den Hüter nicht an. Hey, warte. Ich mache ihn kein Damage. Wie mache ich ihn Damage? Pfeile. Oh mein Gott. Das wird schwierig. Nee, Luis, du bekommst doch diesen gelben Dings. Ja. Oh mein, okay, die Zombies waren eine schlechte Idee. Die stehen einfach nur bei mir rum und machen keinen Scheiß. Warte. Das ist so nervig. Regeneriert sich dann wieder ein Leben oder so? Beim Urgas, das war so nervig. Der hat sich wieder ein Leben regeneriert. Ach nee, warte. Ich muss immer die Äußeren und dann die. Ja, pass auf, Luis. Ich habe Angst. Oh mein Gott, jetzt machen die auch Damage. Die machen Damage. Ja. Aber der hat immer noch weniger Leben. Immer, immer mehr. Immer weniger Leben. Ich habe ihn gleich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich breine, ich breine. Zum Glück habe ich diesen Charms noch und die Golden Apples. Weil sonst... Ich habe den Hydra. Ich habe den fucking Hydra. Du hast ihn gekillt einfach schon? Ich habe den Hydra gekillt. Luis, was brauchst du meine... Nee, wirklich. Das wäre... Luis, ich wäre richtig aus... Ey, warte. Ist das alles, was da droppt? Nichts mehr. Hast du noch... Luis, hast du wirklich nichts mehr genommen? Weil sonst ist das wirklich den größten Bullshit, den es gibt. Fiery Essence, aber acht davon. Kopf und noch Hydra-Schnupp. Ja, Fiery Blood, Blood. Nee, Luis, wirklich. Hast du was mitgenommen? Ey, das ist wirklich enttäuschend. Enttäuschend. Das ist... Das ist... Nee, ich habe keine Worte. Der Hydra und dann kommt so ein Kack-Loot. Also... Ich hätte wirklich mehr erwartet. Moment. Achso, das ist mein Wasser. Aber das war vom allerersten Mal, wo ich versucht habe, den zu killen. Puh, das ist ja wirklich mies enttäuschend. Sorry, aber wirklich. Was? Hey, was habe ich? Hey, was habe ich? Okay. Smoker? Obsidian? Was ist denn Smoker? Was ist denn Smoker? Smoker oder was? Äh, ah, okay. Warum magst du? Äh, okay. Ich kann... Ich glaube schon. Ich zeige dann euch später all meine Trophäen, wegen, wie es in meiner Ender-Chess war. Aber der... Pfff, das... Das macht mich wirklich irgendwie so mad, ja? Smoker time! Du kannst das Wasser noch vom Kampf nehmen. Warte, Notes of the Fire Swamp. Pfff, ich brauche jetzt nicht mehr... Jetzt ist Zeit, Leute, um den Kessel zu besuchen. Ich werde mit... Wolke 7. Was heißt, was Wolke 7? Ja, ja, aber... Und wo finde ich die Bohnen? Und wo finde ich die Bohnen?